So, Noe Sifere, du hast ja einen super Kampf gestern geliefert hier gegen Fiat Aslan. Es war ein sehr enges Kampf. Wie fühlst du dich heute? Super. Also leider in der siebten, achten Runde habe ich starke Schmerzen beim rechten Arm gehabt, weil ich seit eineinhalb Jahren, also seit Glowatsch gekampft habe ich mit dem Muskelansatzrisse schon Probleme. Gestern ist ab 6. oder 7. Runde leider ist wieder das Schmerzen wieder da gewesen und hat mich nie verhindert, aber trotzdem, also ich habe mein Bestes gegeben und zum ersten Mal Fiat im Rückfahrtsgang gesehen zu boxen. Genau, das ist ja ungewöhnlich zu sehen. Ja, also sie wissen, also gegen Weltklassenleute, Marco, Jan Pablo, Hernandez, Alexey, hat mehrere Weltmeister mit seinem Druck zertrümmelt. Genau. Bei mir ist es nicht gelungen, also er musste in seinem Leben zum ersten Mal im Rückfahrtsgang boxen. Und ja, also der Entscheid war sehr eng. Aber ja, wie gesagt, also ich möchte sehr gerne nochmal gegen ihn boxen. Okay, du möchtest einen Rückkampf gegen Firat haben hier? Ich möchte gerne, weil Firat verlangt auch von Marco einen Rückkampf. Und ich verlange von ihm auch, dass er mir eine Chance gibt. Ja. Zweiter Kampf. Ich denke, das wird bestimmt auch geben. Der ist ja auch bekannt als ein fairer Sportsmann. Firat ist sehr fairer Sportler. Genau. Ich hoffe, er gibt mir die Möglichkeit nochmal gegen ihn zu boxen. Weil das war ein Hammerkampf, die Boxmanns würde das bestimmt mögen. Vor seinem heimischen Publikum in Deutschland, klar. Also, er hat ein bisschen einen Vorteil gehabt. Und das hat ihm einfach seinen Sieg gegeben. Also, ich fühle mich als Sieger. Ja. Ja, das war ja ein sehr enger Kampf, da war ja nichts zu diskutieren. Ehrlich gesagt, die ganze Zeit war ich gar nicht unter Druck. Also irgendwie, ich habe den Druck sehr locker weggesteckt. Weil, wie Sie wissen, der Firat macht alle Leute mit Druck kaputt. Ja. Bei mir ist, wie gesagt, nicht gelungen. Und ich hoffe, dass der Firat ein korrekter Boxer ist. Und man kennt ihn. Ja. Und ich hoffe, dass er mir ein... Super. Ja, dann hoffen wir auf einen Rückkampf hier dann. Das war ja richtig klasse. Das war ja ein super, super Kampftan. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Nuri. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank.